So, moin moin liebe Flugfans. Hallo. Wir sind heute nach Herrhausen gefahren an Teil 1. Heute ist das Benefizangeln für das Kinderhaus Bidjona. Ich habe zugesehen, dass ich mit Tobi einen Platz nebeneinander kriege. Hat auch super geklappt. Was denn? Ja, was hier so geht heute, seht ihr im Video. Bis dahin. Ich habe mir auch überlegt, mir noch so eine Seitentasche zu kaufen. Ich sage mal, bei so einem Event hier kann es ja wirklich auch mit leichtem Gepäck reisen. Ja, ich habe auch eine Beintasche, da war ich auch am überlegen. Aber ich kriege immer nicht alles mit, das ist das Problem. Ich hätte jetzt gesagt, ich brauche die Kuhntasche. Ich habe da wirklich in letzter Zeit auch schöne Fische mitgefangen. Ich habe ja immer, ich mache ja jetzt immer schön mit Foto und hast du nicht gesehen. TikTok, finde ich gut. Ich mühe mich da auch ein bisschen. Sind alle stark, ja? Hast du, findest du viel Spaß? Wünsche ich dir auch. Satter? Wünsche ich, dicke, spätriiiiii! Hol! Liebe Marius, von Karsten und Charles Boots hat mir das gezuckt. Und so, ein Spinnerblatt, irgendwoher schießt es die rein, testen wir doch gleich mal aus. So, so sieht das alles fertig montiert aus. Puh, puh, puh. Das ist noch Goldi. Goldi. Na los. Nein, sie wollte, sie wollte. Zweimal daneben geschnuppt, das fand ich dir ernst oder was? Jetzt dreht sie ab. Die Goldene, zwei Meter hergegangen, verdammt. Oh, Tobi, soll ich kärschen kommen? Tobi? Sehr gut, glaube ich. Na, ne, man macht schon. Na gut, okay. Hm. Oh, siehst du fast auf. Sehr gut. Petri. Oh, was für ein Schiff, schwarz. Dankeschön. Wirst du drauf jetzt? Hä? Donau oder was? Ja. Donau. Mit Hilfe brauchst du das Bescheid, ne? Hier immer. Oh, meine Freunde. Meine erste schöne aus Herrhausen. Alles gut. Alles gut. Danke. Oh, ihr Lieben. Entschneidert. Schicke Party. Gefangen auf einen Donut. Zweieinhalb Gramm. In schwarz-gelb. Rückseite. Schatrös. Ja. Jawoll. So. Gehst du zu Tobi? Kechern. Ja, aber verdammt ey, die Jungs. Ja. Oh, so eine kleine wie ich hab. Ja, aber die haben gar nicht eingegangen, als ob da fünf Kilo Fisch rankommt. so, kurze Zeit später, meine zweite selber zuhlen. Aber ich glaub sie hat praktisch fünf oder zwei Mal… jetzt nur auf alter der dann der ledert mich ab ich werde bekloppt jawohl nächste wurf ich zitter immer noch guckt euch dieses tier an alter was für eine sie verhalte ich werde berücksichtung passiert 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 das ist angehen mal gewinnt man mal gewinnt der fisch haben so dran wunderbar feuerfrei die läuft daher noch mal noch mal noch mal also ich werde gekloppt mach ich heute einfach mal den kescherboi das ist auch ein bisschen schwierig manchmal was soll ich sagen jungs und mädels was die ist der beste kescherboi besser zu sein dank meine zweite schöne größe manu topfische so meine freunde ich habe die teichgrößte ich halte die mal ein bisschen dichter an damit die größe aussieht nein in fünf minuten platzwechsel so erster platzwechsel so erster platzwechsel verzogen ich bin mir da hinten drauf weiß pink mit silberner rückseite noch im platzwechsel die erste mit dem mio in weiß pink mit der rückseite die toby meine ersten nach dem platzwechsel gelb pinker blaue rückseite donach 2,5 gramm mitbrüchen mit zwiebeln die 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020